Neue Figur, wir tanzen. Schritt, Schritt, Tipp. Schritt, Schritt, Tipp. Schritt, Schritt, Tipp. Schritt, Schritt, Tipp. Raus drehen. Über das Tor. Geh das Schläfschuh. Auf die andere Seite. Huppel die Hupp. Dreh die Darm raus. Dreh die Darm. Mach der Drehzigkeit. Und drehen. Weg mit ihr. In das Körbchen. Ablegen. Die Darsusi Spezial. Ich bringe die Darm nochmal rum. Hab so und dann gehen wir. Schritt, Schritt, Tipp. Schritt, Schritt, Tipp. Darm, dreh, rum. Darm, dreh, zurück. Bauch, streich, lang. Rechte, rechte Hand. Einmal hin und jetzt. Nochmal zurück. Und lauf, lauf, tipp. Lauf, lauf, tipp. Lauf, lauf, tipp. Lauf, lauf, tipp. Darm kommt raus. Darm kommt ran. Und jetzt bitte noch ein Vortritt. Dreh. Special Figur. Wir tanzen. Eins, zwei, zack, zack. 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 Dann können wir nochmal hier den Grundschritt schicken. Und dann kann ich mal vor den Garten gehen. Okay. Figur Nummer zwei. Schulterfassern. Wir tanzen. Eins, zwei, zack, zack. 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 Danke.